Yo Leute und willkommen zu einem ganz kurzen Infovideo. Ihr wisst ja wahrscheinlich schon, dass gestern kein neues Microsoft-Video mehr hochgeladen wurde. Und ich weiß nicht, wie das heute wird, weil ich habe zwar eins aufgenommen. Das Problem ist, das werde ich euch jetzt zeigen. So, da sieht man das Video. Da, das sieht man nicht. Und das Problem ist, dass es bei 24% und die verlorne Zeit beträgt 1 Stunde und 50 Minuten. What? Das ist so lange. Oh mein Gott. So, da habt ihr es gesehen. Das dauert einfach noch 1 Stunde und 54 Minuten, bis das fertig gerendert ist. Und ja, das ist halt so eine Sache, weil es gerade schon 13.50 Uhr ist, das Video eigentlich in 10.00 Uhr einkommen soll. Wenn das am ersten 2 Stunden fertig gerendert ist, ist es 15.50 Uhr. Und dann muss es auch noch hochgeladen werden. Und das dauert locker nochmal 2,5 Stunden oder so. Oder vielleicht eher 3, sagen wir mal 3,5. Dann sind wir bei irgendwie 19 Uhr oder so. Und ich weiß nicht, ob ihr es dann noch wollt. Deswegen bitte ich euch einfach mal unter dieses Video zu schreiben. Das soll jetzt hier ein ganz kurzer One-Taker sein, den ich an meinem Laptop rendern kann, damit das da weiter rendern kann. Wenn ihr wollt, dass das Video noch hochgeladen wird, dann schreibt mir das in die Kommentare und lasst ein Like da. Und wenn nicht, dann wird es morgen halt hochgeladen. Das könnt ihr mir beides gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen oder heute, je nachdem. Haut rein. Also ich wollte euch das jetzt einfach ganz kurz zur Info geben, damit ihr Bescheid wisst. Und ja, deswegen haut rein. Und ciao.